Zur soliden wissenschaftlichen Untermauerung gehört natürlich auch Praxis, gerade in der Journalistik. Deshalb fahren wir regelmäßig zum ZDF nach Mainz und einmal im Semester lade ich nach Berlin ein zur Berliner Woche. Ein Workshop, wo sehr viel Praxis gemacht wird und wo wir uns in das journalistische Leben der Bundeshauptstadt stürzen. Eine kleine private Hochschule kann auch eine Elitebildung ermöglichen, dass das Wissen auch als Grundlage zur Persönlichkeitsbildung dient. Eine sehr menschliche und auch wissenschaftlich äußerst anregende Atmosphäre. Ich komme immer wieder gern hierher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017